Pokémon Rumble U Trotzdem von euch, dass es euch auch ohne Sarah ein bisschen Spaß macht. So, Freunde, wir sind immer noch im Zauberwald. Letzte Ebene, so wie es aussieht. Und zwar Konzerthalle im Wald. Ja, werden wir mal Gas geben jetzt hier ordentlich. Mal schauen, was hier so abgeht. Duell mit dem Koloss. Stärke 1400. Besiege den Boss im Zeitlimit. So viele Pokémon kann man da gar nicht einfangen, sehe ich. Entscheide den Kampf in 60 Sekunden. Entscheide den Kampf an einem Montag. Ach so, ein Mist, heute ist Dienstag. Ist doch ein Mist so weit. Ehrlich. Er war ja letztes Mal aus. Entscheide den Kampf an einem Sonntag oder so. Da wirst du gezwungen, wann er kennt. Wann er spielt jetzt, ne? So, Freunde, da oben. Das Pokémon kenne ich jetzt spontan nicht. Aber unser stärkstes Pokémon ist ein Nocchan. Mit 1375 Tempohieb und Himmelheb. Hat er so drauf. Ein Skorgler haben wir auch noch bekommen. Ja, ein Kameruptam. Ein Kameruptam. Was nehmen wir, Freunde? Was nehmen wir? Ich kann es schlecht einschätzen. Das kann für mich Metall sein. Das kann für mich aber auch Psycho oder sowas sein. Das könnte Metall sein. Ich nehme Kamerupt. Ja, ich nehme die Eruption und die Angeberei. Dazu nehme ich mir ein Nocchan. Ist ja ganz klar, Freunde. Dazu. Lass ich mir nicht nehmen. Wo ist es? Wo sind die Pokémon, die ich die letztens immer so viel hatte? Razav nicht, ne? Leatherking, Panferno, Rabigator. Der Coole, ne? Mit der Brille, ne? Er ist cool, ehrlich. Tragosso. Guck mal, wie stark wir ein Tragosso haben. Hier, ein Rotomurf. Komm hier, Leatherking dabei. Und da ich von aus gehe, dass das ein Metall ist, nehme ich noch das Lavados. Ja, Freunde. Ja, so ist das. So, gehen wir mal alles hier. Mal schauen, wie es so läuft. So. Also. Ab dafür. Los geht's. Verwirrung. Also, das war jetzt die Angeberei. Okay, das ist natürlich schon mal nicht so der Fall, was ich mir eigentlich hier vorgestellt hatte. Was sind das denn hier? Golgantis. Die kenne ich gar nicht, Freunde. Die kenne ich gar nicht. Was sind das denn hier für Pokémon, ey? Ah, jetzt kommt der ja schon. Alter, der kommt ja jetzt schon. Also, Golgantis kenne ich nicht, ne? Regigas. Regigigas. Krass. Was sind das denn? Was ist das denn für ein Pokémon? Was ist denn normales ist das? Ja, Nok-Chan. Wo ist Nok-Chan? Drauf. Du bist doch Kampf. Hey, Nok-Chan, du machst das falsch. Ich bin kaputt. Ich muss das Nok-Chan nehmen. Das ist ja ein normales Pokémon. Und gegen normal ist ja immer Kampf sehr gut. Ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Muss man ja vorher wissen. Ja, man muss ja auch lernen, Freunde. Ja, Golgantis. Jetzt haben wir zweimal bekommen. Ja, ist in Ordnung. Passt. Hm. Okay. Okay, okay, okay. Das Ganze nochmal. So, und jetzt nehme ich das Nok-Chan. Guck mal hier. Aber Golgantis sind Boden- und Geist-Pokémon. Auch komisch, ne? So, ich nehme jetzt das Nok-Chan für mich. Tempohieb und Himmel-Hieb. Kampfattacke. Dazu nehme ich... ...einmal. Weil das Boden und Geist ist. Das Boden ist ja, ähm... Boden war Wasser, ne? Wasser. Wasser, Wasser oder Pflanze. Ja. Vegishita. Dazu nehme ich noch den Razav. Nochmal mit dem Kampf. Und auch Pflanzenattacke. Und dazu kommt noch ein Wasser-Pokémon. Habe ich hier ein starkes Wasser-Pokémon? Obwohl, guck mal hier. Unlicht gegen Geist. Na, da könnte ich auch Rabigato nehmen. Mit dem Knirscher. Ich glaube, das ist auch stark. Ich glaube, Unlicht ist ja stärker als Geist. Und, ähm... Ja, das könnte ich machen, ne? Ja. Jetzt müsste klappen. Jetzt, vorne. Jetzt müsste jetzt klappen. Dann ab dafür. Los. Ich halte mich am besten hier ganz raus, muss ich sagen. Das sollen die mal unter sich hier ausmachen. Und ich hau dann gleich dem... ...dem anderen auf die Schnauze. Entschuldigung. So, da kommt er nämlich schon. So. Boah, was war das denn? Ein Hyperstrahl? Boah, da kommt er schon. So, der kriegt jetzt von mir Reiki-Gas. Hinder! Hinder! Ich bin eingefroren! Eistrahl war das! Weht der effektiv! Zack, zack, zack! Weg, 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 weg! Freunde, weg, so! Boah, ist der stark! Oh, nein! Da ist der Meisterball! Oh, ich hab den Meisterball daneben gehauen! Nein! Boah, jetzt bin ich gleich der Katze. Jetzt seh ich schon. Ich bin jetzt kaputt. Bom, bom, bom! Jetzt! Jetzt gib ihn! Gib ihn böse! Gib ihn einfach! Einfach drauf! Einfach drauf! Ich seh nichts mehr! Ich glaub, ich bin gleich kaputt. Aber ist egal. Das wird weitergemacht. Das schaff ich. Die sind alle kaputt. Oh, bitte, 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 bitte. Es ist doch nicht mehr viel. Bitte, bitte, Mama! Geh doch kaputt! Der war doch schon kaputt! Alter, was ist denn da los? Bah! Warum sind die dann so stark? Ey, das gibt's doch gar nicht. Mein Gott! Boah! Abartig! Abartig! Puh! So, ich muss nochmal nehmen. Ja, das geht nicht anders. Das muss ich nehmen. Hm. Ja, das mit meinen Dingerns war ja wohl ein Schuss im Ofen. Ich hab nicht einmal gelesen, dass das effektiv war. Mann, 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 ey. Pah! Boah, war das stark. Mein Gott, ey! Vielleicht ist ja dann am Montag auch einfacher. Okay. Ich komm gleich wieder die mit dem Eis, ey. Jetzt kommen sie schon wieder. Komm nur da weg, Rasa! Rasa! Oh ja! Oh, schönes XXL-Dingen. Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Ja, gib ihn! Ich bin eingefroren! Oh Gott, das war ein Eisstrahl! Jetzt ist das doch nicht mehr viel! Bitte! Bam! Jawohl! Nein! Da war der Meisterball! Oh, hätte ich doch vorher noch werfen können. Oh. Oh, so ein Mist. An einem Montag, ja, wir haben ja nicht... Was schießt denn das Soda-Mag da auf mich? Sag mal, geht's dir mal gut? Aber super, eine Kapsel, ne? Krass. Zack, ja, gut. Boah, Pokémon ist bestimmt stark, wenn du das fängst, ey. Boah. Hätte ich dieses XXL-Ding da nicht gekriegt, ne? Dann wäre es schon wieder vorbei gewesen. Ich sag halt euch, ey. Dann wäre schon wieder alles vorbei. So, Großputz auf der Bühne. Sammle mindestens 120, schürile mindestens 15 Raketen. Setze halt kein Gift-Pokémon ein, wenn eine sehr effektive Attacke haben. Okay. Schauen wir mal, ne? Kein Gift. Okay, so. Gehe ich mal von aus, dass das Flug-Pokémon... Gehe ich mal von aus, dass das... Dass das, ähm... Käfer sind, dann nehme ich mal ein Flug-Pokémon mit. Komm her, Panferno. Aber Panferno kann gar keine Feuerattacke. Was soll das? Gammerubt! Wie viel man jetzt hier von denen gekriegt hat, ne? Kann man die hier auch wieder freilassen, ey? Was soll ich denn mit so vielen, ey? Ich weiß gar nicht, was ich einsetzen soll, Freunde. Hoffe ich doch mal. Lavados. Ab dafür. Ich hätte ja gerne auch irgendwann nochmal das Arctus. Mach die Kapseln kaputt hier. Das sind Gift-Pokémon. Ach so. Weiter auf die Raketen hier. Kommt, kommt, Leute. Kommt, Leute. Oh, Giflors. Ich werde bekloppt. Gut, dass ich ne... Flug-Attacken-Pokémon mitgenommen hab hier. Weiter drauf hier. Kommt, Freunde. Drauf hier. Oh, Smorgons und Smogmox. Ich glaub das nicht. Kammerubt drauf. Oh, ich bin vergiftet. Oh. Weiter, auch mal hier da unten die Rakete hier. Ja, jetzt haben wir. Oh, Slimer und Smogs. Ich werde bekommen. Oh, ich bin XXL. Drauf. Ja. Oh. Da ist ein Meisterball. Der kommt da. Schau mal, den Meisterball einsammeln. Gleich sammle ich den Meisterball ein. Dann werde ich da Pokémon in mich fangen. Wo ist er denn? Da war's. Was ist das? Krypuk. Okay, fang ich. Ich krieg das nicht, weil ich so groß bin. Oh, der war böse. Oh, der war böse, Freunde. Geist und Unlicht-Pokémon ist das. Oh, ich bin schwer vergiftet. Ne, ich weiß gar nicht, was los ist, Freunde. Ich weiß hier gar nicht, was los ist. Da muss man jetzt einfach nur noch drauf. Da muss man jetzt einfach nur noch draufhauen hier. Auch wenn man gar nicht weiß, was hier abgeht. Da muss sie drauf jetzt. Jetzt haben wir's. 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 Zerstören? Hab ich nicht. Das sah doch so viele Raketen aus. Krass. Komisch. Wer hat denn den K.O.-Schlag gegeben? Da, Golgantis. Okay, nicht schlecht. Was haben wir denn gefangen? Duflos, Mokmok, Smogon, Skunkpuck, Slimer. Cool. Ich bin ja immer so noch immer der Fan von den alten Pokémon, ne? Deswegen, da müsst ihr verzeihen, Freunde, wenn ich da immer noch die alten Pokémon als erstes so richtig dynamisch nennen soll, wisst ihr? Da freu ich mich richtig, die mal wieder zu sehen, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, Konzert mit Krawall. So, das war alles, was wir hier neu gekriegt haben. Mal einmal nehmen. Zack. So. Was haben wir denn hier gekriegt? Was ist das denn hier? Ein Deponitox. Mülltreffer, Gift und Kraftreserve ist ein Stahlattacke. Okay, also das sah mir dezent nach Psyche und im Wald aus, also Pflanze. Ich möchte persönlich für mich mal, ich muss sagen hier, der Skorgler war gar nicht so schlecht, ey, Skorgler war gar nicht so schwach. So, ich persönlich nehme mal den Deponitox auch mit. Ein Kamerub nehme ich noch mit. Und ein Smog-Mog. Ja, ich möchte das einfach auf jeden Fall mal versuchen, mal schön die alten Bocke mal wieder rausholen, ne? Schöner Smog-Mog. So, schauen wir mal, was jetzt abgeht hier. Stripolis. Kampfattacke. Okay, da bin ich mit meinem Flug ja ganz gut dabei. Und die Kapseln einsammeln. Und die Kapseln einsammeln. Boah, 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 schön. Boah, wie in der Disco hier. Seht ihr das? Jetzt kommen wir von ihm. Jetzt haben wir Psyche, Pokémon. Jetzt tippe ich an, jetzt tippe ich an, jetzt ist Schluss. Das müssen wir mal antippen. Oh, Hypnose Traumatus. Ach, du dickes. Hier ist was los, Freunde. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hey. Hey. Raus. Raus da. Hallo. 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 Da ist ein Geschenk. Boah, was willst du? Da oben ist ein... Ach, du, Chris, endlich fertig. Ich glaube, das... Boah, ich... Oh, 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 oh. Relaxo. Komm, versuchen wir. Antippen. Ich kann wieder antippen. Boah, relaxos. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, hier ist was los, Freunde. Meine Güte. Boah, nee. Boah, eine andere Taktik, ey. Ja, wieder kaputt. Nee. Boah, ist ja alles dabei, ey. Mein Gott. Freunde, ich würde sagen, ich überlege dir eine gute Taktik, ne. Und dann machen wir das, versuchen wir das nochmal in der nächsten Folge, ne. Also, ich gebe mir das jetzt nochmal durch den Kopf, weil da war ja alles dabei. Da war ja, da war ja Gift, da war Psycho bei, da waren normale Pokémon bei. Boah, da brauchen wir was Starkes. Abwarten, Freunde. Ich bedanke mich, Boah, fürs Einschalten, Zuhören, alles andere. Wenn es euch gefallen hat, doch dann einen schönen Daumen nach oben. Und dann schaut beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich mich hier nochmal dran wage. Also, bis dahin. Ja, die Ahmed. Bis dahin. Ja. Was war's.